So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück zu einem weiteren Online-Part von Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Nachdem wir... Moment mal, das fällt mir jetzt ja gerade erstmal auf nach der Videobearbeitung. Ach ne, ich hatte ja noch kurzzeitig mal einen Testlauf gemacht, um noch ein bisschen reinzukommen. Also, dabei habe ich natürlich noch eine kleine Zweier-Siegeserie aufgebaut, aber das war dann jetzt, sagst du, sowieso auch nicht mehr so von Belang gewesen. Denn es ist ja meistens so, wenn man natürlich was testet, läuft das Ganze natürlich viel besser, als wenn man natürlich jetzt einen Part aufnimmt. Ist ja irgendwie immer so. Ich kann noch so gute, ja, Proberunden machen mit den Ranked Matches, bevor ich dann nun was aufnehme. Am Ende wird es natürlich immer ein bisschen schlechter, als was man, naja, eigentlich zuvor gekämpft hat. Ist ja immer so. Vorführeffekt. Aber wie dem auch sei, nachdem wir jetzt erstmal im letzten Part, äh, im Borushiki-Debüt-Ranked-Matches-Part, dann erstmal von diesem Team hier ordentlich die Fresse poliert zum Schutz bekamen, wird es jetzt erstmal Zeit, dass wir mal versuchen, selbst den Gegnern ordentlich die Fresse zu polieren. Mit Sasuke, mit dem Rinne-Sharingan, Indora Utsuki und dann auch noch Madara Ushia, Wiederbelebung gelöst mit dem Rinne-Gan. Meine ersten Bedenken, dass wir dafür, ja, den anderen Madara, also die Madara-Version, die wiederbelebt wurde, nutzen müssen, hat sich am Ende, als, und natürlich auch aufgrund dessen, was wir im letzten Part sowieso alles gesehen haben, ja, hat sich diese Befürchtung zum Glück nicht bestätigt. Denn am Ende beim Alt- also bei der Verbund-Technik wechselt Madara dann sowieso automatisch zum Mange-Kyo-Sharingan. Also hatte ich vorher nun wirklich ein paar Befürchtungen zu viel gehabt, die sich am Ende zum Glück ja nicht bewahrheiteten. Aber irgendwie wird auch das jetzt wieder mal ein Kampf, wo wir zuerst ja ordentlich wieder Druck aufgebaut haben, aber dann am Ende das Ganze irgendwie wieder verloren haben. Weil so sieht das Ganze jetzt auch erst mal wieder so aus. Aber wie dem es sei, es lief dann jetzt doch viel besser als angenommen. Wir haben zwar jetzt auch wieder mal, ja, einen Kampf verloren, aber es sah besser aus als erwartet. Auch etwas, was ich jetzt in Bezug auf dieses Team und natürlich auch noch auf das Borushiki-Team sehr selten jetzt gemacht habe, war natürlich der Einsatz von Talismane. Den Talisman zur Geschwindigkeitserhöhung, hätte ich jetzt natürlich auch noch mehr einsetzen können. Okay, die Sache mit dem Kunais ist vielleicht nicht gerade so optimal wie zum Beispiel, ja, die Briefbombe. Aber der Nachteil des Ganzen, was ich jetzt hier immer sowieso mache, ist ja, dass man diese Kunais mit dem Ballon, oder besser gesagt mit dem Fallschirm, ja eher einsetzen sollte, wenn man in der Luft ist. Es macht ja im Allgemeinen nicht gerade sehr viel Sinn, die Dinger ja wirklich auf den Boden zu werfen. auch mal wieder eine Unverschämtheit hier. Man hat hier verdammt noch mal das Amaterasu eingesetzt. Man baut sich eine Verteidigung auf und was geschieht dann am Ende? Borushiki kann da einfach rein spazieren, als wäre überhaupt keine Flamme. Und dann setzt am Ende auch noch den Konter ein. Nicht zu vergessen, dass die Reichweite oder die Ausdehnung des massiven Rasengan doch ein bisschen zu unterschätzen jetzt war. Wir waren ja weiter in der Reichweite gewesen, als angenommen. Und der Gegner hat jetzt leider auch noch den Kampf verlassen. Man hätte sich dabei natürlich auch sicher sein können, dass jetzt als nächstes ein Sieg käme. Von uns. Hätten wir den Kampf noch weiter fortführen können. Generell waren es ja sowieso bloß mal wieder ein paar Techniken, die wieder mal über Sieg und Niederlage entschieden haben. Tja, generell, Classic Sasuke ist eigentlich auch nicht zu unterschätzen. Und abgesehen natürlich vom Story-Modus, haben wir ihn ja auch kein einziges Mal richtig eingesetzt. Oder gespielt. Schauen wir uns. Alles gut. Das ist vorbei. Aber gut, jetzt hat wenigstens alles richtig geklappt. Das Amaterasu hat Sasuke getroffen. Und Madara hat wiederum Sasuke mit dem Fächer 1 ausgewischt. Und ich hab mich mal wieder bewegt. Ist mal wieder klar. Am Ende sind wir wirklich mal wieder ein bisschen ungeduldig. Und wie immer finde ich natürlich auch, wenn wir jetzt diese Technik einsetzen würden. Würden wir natürlich nicht so sehr die Verfolgung aufnehmen können. Hatten wir aber wenigstens noch nicht ganz verloren. Doch keine Ahnung, wer uns da jetzt am Ende erledigt hat. War es Sasuke jetzt mit ein paar Kunais? Oder war es jetzt wiederum... Tja, Itachi oder Naruto? Im Zweifelsfalle war es Itachi gewesen. Aber gut, auch wenn es jetzt nicht danach aussieht. Wir sind jetzt wirklich ein bisschen besser jetzt in den Kampf reingekommen. Dann abgesehen natürlich von ein paar gewissen Ausnahmen. Ist dieses, ähm, naja, dieses Skill-Level so ungefähr natürlich wie unseres. Und merkt man das erst einmal... Dann hat man sowieso auch erst einmal die Möglichkeit, wirklich selbst zu gewinnen. Na gut, es sieht jetzt nicht danach aus. Ja gut, es sah jetzt nicht danach aus. Es war allerdings auch erst Kampf Nummer 1 gewesen. Es war allerdings auch wirklich erst Kampf Nummer 1 gewesen. Wir haben jetzt natürlich mit der Hilfe unserer Augen die Bewegung unserer Gegner jetzt erstmal verinnerlicht. Und setzen jetzt natürlich jetzt zum Gegenangriff an. Will ich jetzt eigentlich mal hoffen, dass dieser Kampf jetzt gewonnen wurde. Will ich jetzt eigentlich wirklich mal hoffen. So oder so mache ich an der Stelle auch noch irgendwas verkehrt. Oder natürlich dieses Shidori war jetzt ein bisschen... Äh, naja. Wie heißt das jetzt? Jetzt statischer gewesen? Dass es ja jetzt kein Verfolgungsmodus besitzt? Könnte natürlich auch sein, dass es jetzt kein Verfolgungsmodus drauf hatte. Aber wie dem auch sei, wie schon gesagt, wir haben die Bewegung des Gegners jetzt verinnerlicht. Haben ihm jetzt schon ordentlich Lebenspunkt abgezogen. Hauen jetzt ein paar ordentliche Angriffe raus. Und haben ihm am Ende schön geschockt. Und das Shidori war jetzt am Ende stärker gewesen als das Rasengan. Aber trotzdem, anstatt einfach nur blindlings auf den Gegner loszulaufen, sieht es ja wirklich immer danach aus, als wäre das ein Verfolgungsangriff. Naja, sei es so. Der Gegner hat jetzt im Gegensatz zu uns keine Tausch-Juices mehr. Wir sind dabei, unser Chakra aufzuladen. Greifen weiter an. Und jetzt aus irgendeinem Grund haben sich auch wieder die Tausch-Juices aufgeladen. Also ernsthaft, bei uns wäre es jetzt nicht so schnell gegangen. Wie blöd sich das jetzt auch mal wieder anhört. Aber es ist meistens so. Aber gut, Madara hat jetzt gut den Gegner getroffen. Und bedauerlicherweise Naruto jetzt ins Ultimate reingeholt. Wer hätte eigentlich jetzt auch vermutet, dass es Amaterasu beim besten Willen so ein schwaches Feuer war. Und okay, ja, ich sehe es ein. Wir hätten, rein theoretisch hätten wir, nachdem wir Itachi zu Boden geschleudert haben. Hätten wir doch theoretisch auch irgendwie den Angriff noch weiter verbinden können. Mit einem Chakra-Sprint nachsetzen müssen. Und danach, naja, jetzt, er sagt schon, den Sieg zu erlangen. Aber gut, stattdessen haben wir es jetzt nicht hingekräft. Und natürlich, Sasuke konnte in diesem Falle aus irgendeinem Grund einfach durch das Feuer laufen. Ja, es war jetzt einfach nicht unsere beste Leistung wieder gewesen. umgenutzt, dann war es jetzt überhaupt nicht eine gute Leistung von uns. Aber es war jetzt auf jeden Fall noch mal gut gewesen, dass wir auch noch ein Ultimate ansetzen konnten. Der Gegner hat jetzt, naja, da hätten wir jetzt auch noch was anderes machen können. Aber wir hatten zu wenig Chakra, um dann auch noch ein paar vernünftige Gegenangriffe zu machen. So war auf jeden Fall mein Gedanke gewesen. Tja, so war mein Gedanke gewesen. Aber im Nachhinein bedacht, auch die normalen Standardangriffe, die wir mit Sasuke jetzt hätten machen können, hätten dann auch schon ausgereicht, glaube ich. Tja, und ich hatte zwar eben mehr, glaube ich, auch auf Revanche gedrückt, aber aus irgendeinem Grund kam der Kampf nicht zustande. Der Kampf war dann irgendwie weg gewesen. Tja, aber sei es drum, jetzt erstmal der erwachsene Sasuke gegen den jungen Sasuke. Der Kampf der Augen alt gegen jung. Einarmig gegen zweiarmig. Und dann natürlich auch noch mal Naruto im Barion-Modus in der Kombination mit Kawaki. Tja, da wollte wohl anscheinend jetzt auch jemand die Verbundtechnik demonstrieren. Stattdessen wiederum hat dieser Gegner jetzt demonstriert, wie oft man natürlich jetzt erstmal die Grifftechnik von Sasuke starten kann, wenn man selbst keinerlei Tauschjutsus hat. Und unverschämterweise hat es jetzt auch noch eine halbe Ewigkeit gedauert, bis wieder unsere Tauschjutsus hier langsamer auffüllen waren. Also wie unwahrscheinlich das eigentlich am Ende auch ist, ich habe immer das Gefühl, als würden wir im Nachteil oder besser gesagt vom Spiel benachteiligt werden. Aber egal, jetzt waren wir wenigstens mal nicht allzu sehr in den Gegner reingelaufen. haben jetzt selbst mal ein paar blitzige Jutsus gestartet. Die Kraft der himmlischen Hand hat jetzt wenigstens was gebracht. Unsere Gegenangriffe waren jetzt wenigstens ausreichend gewesen teilweise. Und konnten dann jetzt wenigstens den ganzen Grifftechniken wieder ausweichen. Gut, Ausgleich 1-1. Und jetzt erstmal ausweichen. Das gleiche funktioniert nicht wieder ein zweites Mal. Und wir haben uns jetzt erstmal wieder selbst die Sicht versperrt. Und konnten jetzt aus irgendeinem Grund nicht tauschen. Aber auch sehr interessant eigentlich, dass es seit etlichen Parts eigentlich immer so ist, dass wir uns ab und zu selbst die Sicht versperren. Los geht's! Verbrenne! Okay, die Ausgangssituation ist jetzt mal wieder oh nein, nein. Gut, 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 gut. Ein Glück! Ich bin allein. Ich würde mir all den Hasch ganz allein auf... Das wäre jetzt und der still wirklich noch ordentlich ärgerlich gewesen, hätten wir da jetzt wieder verloren. Aber hey, wir haben jetzt wieder mal angefangen eine Siegesserie aufzubauen und jetzt geht es immer weiter gegen wieder jemandem Lehrlingsrang. Aus diesem Matchmaking wird man eigentlich überhaupt kein bisschen schlau. Naja, obwohl das Matchmaking wird ja wohl eher so sein. Joa, zwei Spieler suchen einen Kampf. Lasst uns mal den Kampf mit denen zustande bringen. Es ist zwar eigentlich auch schon gut gewesen, dass vor einiger Zeit ja das Update kam, dass man entscheiden konnte, ob man nun den Kampf annehmen will, aber annehmen will oder nicht, bevor es dann erstmal richtig losgeht. Aber, wie schon öfters gesagt, war das Ersatz sowieso auch naja, nur halb gedacht. Denn was bringt es eigentlich einen vorher zu sehen, wie die Verbindung beim Gegner ist? Seien wir mal ehrlich, niemand von uns hätte das gebraucht. Sinnvoller wäre es an der Stelle gewesen, hätte man dann gesehen, aha, wir sind im schuhnen Feldherrn-Rang, der Gegner wiederum ist im Lehrlings-Rang. Dann wiederum Kampf annehmen oder ablehnen, ja, nein, also wir würden da natürlich nein klicken. Wenn der Gegner dann zum Beispiel sieht, oh, ich fange gerade mal an mit dem Spiel, mal sehen, mit was so ein Gegner zusammen gematcht werde und dann sieht auf einmal Schuhnen Feldherrn-Rang, also das will ich mir nicht antun. Das wäre doch jetzt nun wirklich viel schlauer gewesen, anstelle jetzt sowas da einzubauen. Welches war das jetzt? Meinst oder seins? Offensichtlich wo seins? Aber was ich jetzt hierbei schon mal gut finde, warte mal, war das jetzt mein Susano? Das ist jetzt in der Tat wirklich ein bisschen zu sehr verwirrend. Hatten wir jetzt nur eigentlich die rote Rüstung bei Madara gehabt oder? Nein, wir hatten die Rose dann jetzt. Das ist irgendwie ein viel zu minimaler Unterschied. Naja, aber im Nachhinein, wie schon immer jetzt hier gesagt, war das am Ende von den Entwicklern des Spiels nicht gerade sehr gut durchdacht gewesen. Eine Funktion, dass man vorher überlegen kann, ob man den Kampf nun annehmen will oder nicht, war zwar das, was man auch haben wollte, aber so wie die es am Ende gemacht haben, so wollte es niemand haben. Okay, vielleicht war es noch ein kleiner Hauf von Lila dabei. Aber egal, andere Leute sagen, er sagt zu der Haarfarbe rot, die manche Leute haben, naja, eigentlich auch wirklich rot und nicht orange. Für mich ist es eher orange, wenn andere Leute eine rötliche Haarfarbe besitzen. Eine natürliche rötliche Haarfarbe, wohlgemerkt. Wenn sich natürlich jemand die Haare rot färbt, dann ist sie ja natürlich ein richtiges rot. Andererseits würde ich eigentlich auch damit ein bisschen einverstanden sein, wenn man zu der Haarfarbe rot, was eigentlich ja mehr ein Orangeton ist, dann eher Fuchsrot sagen würde. Aber wie muss sein, was jetzt auf jeden Fall hier jetzt auf jeden Fall gegen diesen Akuma los ist, das kann doch beim besten Willen nicht normal sein. Das Geschwindigkeitslevel, was jetzt hier wieder mal am Tag also gezeigt wird, das ist unnatürlich. Das ist einfach unnatürlich, oder? Der hat jetzt eine interne Verbindung, die weit über den normalen Standard hinausgeht. Abgesehen davon haben wir jetzt mal wieder gar keinen Ansatz davon gesehen, dass sich unsere Tausch-Jutses jetzt regeneriert hätten. Und egal, was wir jetzt eigentlich hier ausprobiert hätten, oder ausprobiert haben, am Ende waren wir immer langsamer als der Gegner gewesen. Und ja, an der Stelle hätte sowieso auch kein weiterer Angriff was gebracht. Wir hatten weniger Chakra drauf, der Gegner hatte jetzt wiederum einen Tausch-Juts eben gehabt. Und jetzt wiederum was hätten wir jetzt hier großartiges machen sollen. Okay, wir sehen jetzt wenigstens mal wieder die Verbundtechnik zwischen Naruto im Rikudo-Sem-Modus und Sasuke mit dem Rinderscharigan. Rinderscharigan. Nicht zu enthusiastisch, sonst versaust du es noch, Naruto. Da sind wir verdammt nochmal in keinster Weise herangekommen. da hatten wir eine einsatzweise vernünftige Siegesserie gehabt, hatten vielleicht auch gedacht, wir würden es jetzt auch endlich mal wieder schaffen, nach, tja, keine Ahnung, wie lange das jetzt eigentlich her ist, dass wir im Rang mal aufgestiegen waren, endlich mal wieder einen Rangaufstieg kriegen, Rangaufstieg kriegen würden, aber nein, was ist jetzt hier wieder gekommen? Nichts! Okay, ich muss dazu ja auch sagen, dass jetzt natürlich mal wieder ein starker Gegner ist, der seinen Rang eigentlich mehr als ja, recht wird oder auch ein bisschen überqualifiziert ist. Aber auch selbst das hat jetzt nichts gebracht. Ich hatte zwar jetzt auch gedacht, wir wären noch in der Verteidigung drin gewesen, aber offensichtlich müssen wir uns jetzt wieder bewegt haben. Aber in einigen Situationen sehen auch irgendwie unsere Angriffe ein bisschen unpassend aus. Tja, generell sieht das Ganze auch ziemlich unpassend aus. Generell, eigentlich auch eben. Der Gegner hat Naruto beschwört. Aber stattdessen, dass er, naja, sein Rasen Shuriken auf uns gerade geworfen hätte, hat er stattdessen quasi uns erfolgt. Als wir dann wiederum auf Sasuke zuliefen, hat er sich dann quasi umgedreht und dann den Angriff geworfen. Vielleicht ist es auch in dem Zulang normal, aber kein Plan. Generell, an der Stelle hatte ich jetzt irgendwie sowieso auch den Verdacht gehabt, dass der Gegner das jetzt hier absichtlich gemacht hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, er hat das jetzt hier absichtlich gemacht. Und sicher, das war Absicht gewesen, dass er jetzt von unserer Verbundtechnik getroffen wurde. Das war auch hundertprozentig Absicht. Unverschämt. Dass wir jetzt allerdings trotzdem versucht haben, gegen den Spieler zu kämpfen, ach, das war auch unverschämt von uns selbst gewesen. Okay, wir haben es natürlich jetzt auch erstmal versucht. Aber wie konnte es eigentlich auch sein, dass der Gegner sich hier so schnell bewegt wieder? Okay, er nutzt den Chakrasprint, ich weiß, aber trotzdem kommt mir das zu schnell vor. Tja, gegen den Gegner können wir beim besten Willen kein Land gewinnen. Wir haben zwar jetzt am Ende es geschafft, ein paar Lebenspunkte mehr abzuziehen, aber das war jetzt beim besten Willen auch eben mehr. Eine Situation von einem blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Generell haben wir jetzt auch natürlich mal versucht, ein paar Konter zu starten. Aber bedauerlicherweise waren keine Konter jetzt richtig zustande gekommen. Naja, generell, wir kriegen das Timing ja sowieso auch nicht hin, aber hätte doch wenigstens ansatzweise sein. Okay, wieso zum Hengard jetzt auch wieder die ganzen Tausch-Jutsus? Ich muss aber sagen, das war jetzt zum Schluss der beste Schlagabtausch gegen Akuma. Und generell eine der wenigen Situationen, wo ich eigentlich auch mal ziemlich guten Susanoo eingesetzt habe. Normalerweise läuft es nun wirklich auch einiges schlechter, wenn ich einen Susanoo einsetze oder generell mit irgendwelchen Charakteren kämpfe, die jetzt im Riesenmodus sind. Normalerweise bin ich ja nun wirklich eher besser mit Charakteren, die ja sagt die normale Größe behalten. Riesige Awakenings haben zwar eine größere Schlagkraft, aber sind dafür auch viel zu langsam für meinen Geschmack. Aber nun ja, nachdem wir jetzt erstmal im Kampf davor gegen den Akuma jetzt erstmal selbst ziemlich langsam waren, habe ich jetzt wiederum das Gefühl, als wäre unser Gegner jetzt ziemlich langsam. Na gut, es kommt natürlich auch immer mal wieder auf die Charaktere an, die man einsetzt. Und generell, auch wenn Borushiki ja in der Luft schwebt, ist er jetzt nicht unbedingt ein Charakter, der mit sehr viel Geschwindigkeit glänzt. erglänzt. Und daher haben wir jetzt in einer absoluten Rekordzeit an den nächsten Gegner eliminiert. Außer natürlich an den acht Kämpfen davor. Da haben wir natürlich verloren. Aber es stimmt, verlieren können wir nicht. Da hat der Gegner es jetzt wenigstens besser gemacht als wir. Wir hätten schon nach dem ersten Kampf theoretisch aufgeben müssen. aber dabei war jetzt natürlich der letzte Kampf den wir gegen Akuma hatten nun wirklich ziemlich gut gewesen. Hätten wir noch ein paar Schläge besser platziert? Tja, da hätten wir ja noch einen weiteren Kampf haben können. Dann wäre es ein Ausgleich gewesen. Den ersten überhaupt. Aber sei es drum, jetzt haben wir anscheinend ein paar Probleme ein weiteres Spiel zu finden. Idee betrachte in einem Spiel, wo man bis zu drei Charaktere in den Kampf mitnehmen kann, nur zwei mitzunehmen. Tja, finde ich einfach nicht gut. Nun, denn bei Naruto im Rikudusen Modus und ich glaube natürlich auch noch bei Sasuke mit dem Rinne Sharingan, wenn die beiden nur zu zweit kämpfen, dann haben die natürlich ein Awakening gemeinsam. Ja, ich glaube die beiden hätten dann ein gemeinsames Awakening, wo Kurama im Susanoo eingehüllt ist. Und dann quasi als Fuchs Samurai dann kämpfen und ja, irgendwas scheint bei diesem Kampf sowieso nicht gerade gestimmt zu haben. War im Allgemeinen ein etwas kleiner Bug und nicht so gravierend gewesen wie damals den Bug den ich hatte mit Rock Lee. Wo wir dann einfach ja im Awakening drin blieben als der nächste Kampf begann. Aber ernsthaft, diese Kämpfe jetzt hier sind wirklich mal wieder ein kompletter Unterschied zwischen Tag und Nacht. Aber interessant auch mal diese Naruto Variante zu sehen. Nur in diesem Falle sind der Sack nicht wir zu lahm. Okay, jetzt sind wir ein bisschen lahm. Aber im Allgemeinen haben wir jetzt mehr Geschwindigkeit drauf als im Kampf gegen Akuma. Wenn man es genau betrachtet, war er dann wiederum jetzt auch der heutige Boss Gegner gewesen. Habe ich eigentlich schon ein paar Parts ja nicht mehr so gesagt mit Boss Gegnern. Vor ein paar Parts hätte ich zwar das Ganze schon mal angefangen, so zu sagen, ah, das war dann also heute der heutige Boss Gegner gewesen. Die größte Herausforderung überhaupt. Hatte ich in den letzten Parts überhaupt nicht mehr gesagt. Aber halten wir auf jeden Fall mal fest, Akuma, gegen den wir in diesem Part gekämpft hatten, war der heutige Boss Gegner gewesen, der stärkste Gegner aus dem ganzen Part. Ja. So und nicht anders kann man sagen. So und damit leiten wir jetzt auch den letzten Part Nein, der letzte Part ist noch lange nicht. Jetzt leiten wir auf jeden Fall den letzten Kampf ein. Der letzte Kampf im heutigen Part möge dann jetzt beginnen. Und sagen wir mal so, auch diese Kombination ist ein klitzekleines bisschen ja, nicht gerade so gut. abgesehen von ein paar Ausnahmen ist es im Allgemeinen doch wirklich ein bisschen schwachsinnig nur zwei Charaktere in einen Kampf mitzunehmen. Ich will zum besten Willen nicht behaupten, dass man nicht mit zwei Charakteren nur spielen kann, aber im Allgemeinen ist das total unpassend. Ja, im Allgemeinen ist es unpassend. weil man dann doch ein paar Optionen weniger für einen Kampf hat. Tja, Runde eins ging an uns. Ehrlich, das hat mich jetzt an der Stelle nicht überrascht. Okay, da wurden wir noch zurecht getroffen. Man kann aber wirklich nicht behaupten, dass die unentschlossen in diesen Kampf reingegangen sind. Wir haben ein paar gute Ultimates eingesetzt. Wir haben hier und dort in diesem Part auch auch noch die Verbund Technik eingesetzt von diesem Team, was nicht gerade sehr viel von Team Geist hält. Haben dann sogar auch mehr als einmal im Susano-Modus ausgekämpft. Und das sogar auch noch ein bisschen besser als ursprünglich angenommen. Okay, am Ende war es natürlich nicht unser Susano, was den Sieg erhungert. Aber das ist jetzt egal. Auf alle Fälle wollen wir im nächsten Part mal wieder versuchen, ein bisschen mehr Geschwindigkeit an den Start zu bringen. So viel ist auf ihm war klar.